was geht aber herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal ich bin heute mit 30.000 besuchern und zwar 30.000 besucher was aber wir gucken einfach mal müssen anscheinend so markes finden ich habe einen marken bekommen do you have any questions ich hab was ist das denn alter was ist das denn teleport sind ja hier meine ganzen dinge hat mein gott wollt ihr mich verarschen den habe ich gefunden sehen in der es gibt nein das können wir wollte mich verarschen das ist nicht euer ernst oder es ist jetzt nicht euer ernst was ist das denn sie da da sind die lange schüchte was ist das denn die zum baumarker die man weiß es hier honig marka hallo die marka krieg ich jetzt für jeden mark eine auszeichnung fisch perfekte was ist das denn digga ist schon cool gemacht die ganze verstecke ist schon cool gemacht warum sind hier alle was ist das worship the purple square love in die ja ich hätte eine voll einfache welt sag ich mal da gestalt ich weiß wie ich da hin komme ich muss auf bäumen ich glaube ich muss hier rein dann hier dann hier was wir hier wieder raus ja pouvoir kann mich da überhaupt hoch doch die doch die flüssigkeit die kurschmerkel mit dem finden alle da ist einer die frage ist komm ich so hoch muss ich kümmer mal ganz schnell ausmachen das ist ich glaube ich muss alles hoch zombie markt geil das wahrscheinlich auch nicht ich will nicht jeden kunden aber okay ich habe bisher nur easy jetzt ist das kablos markus kipp jetzt ist sie ich einfach kann man so perfekt hallo was ist das oh ne seht ihr das das ist mir gar nicht aufgefallen ihr habt das doch gerade auch gesehen oder ich werde wahrscheinlich von da drauf dann um diesen zu holen egal jetzt geht es weiter es wird wahrscheinlich ein zweites sind ihr habt gesehen wie viele das sind das ist insane ist auch ganz cool dass es hier somit schon war das jetzt kann ich verstehen warum das so viele besucher hat es das spiel also das wer bist du denn der goldmarker wir können sie nicht perfekt da hinten ist auch noch jumpen waren meine spezialität komm ich da und wie oh leil geil nur rock mag hier muss doch ein baum markas ein baum mark was macht dieser was macht dieser toll also ich bin der sinnliche untergegangen ein 1 was ich gar nicht untergegangen muss sagen scheiße und wie immer vollkommisch aus warum stehe ich mir zu abseits markt gibt es ja nicht mehr ich bin mir genau nix das ist perfekt wir haben nicht mehr ansatz welche ansatzweise die achten oder so gefunden sind so viele marken sie ist sowas sowas übersieht man es wird selbst so medium oder so sein kann man das ist ein alter augenkrebs wo ist er denn ab medien habe ich schon den wog den smoke geil der goldene oder sogar hart wenn der sogar hart oh mein gott ich bin auf den bäumen fettnick auf schnell checker ich denke sie können jetzt vielleicht drüber geil 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 lief mark ist wir haben jetzt eigentlich schon gefunden weil wir sind hier gerade noch bei einem viertel der map es ist ein das ist ein was war das denn was war das denn ich bin erschrocken ich bin ich auf einmal in der luft gewesen habe ich auf wiesbaden gemacht oder ist da oben irgendwas warum da hoch ja 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 was ist das da ist einer oh mein gott habt ihr den gesehen ok ok geil geil das wird auf jeden fall hart sein den löschen zu haben sie nur sowas von es wird uns so lange video aber es wird nicht an es wird nicht an kann aber es wird ein langes video und ich werde wahrscheinlich auch zwei teile oder mehrere teile sogar draus machen weil sowas ist krass jetzt die ist jetzt schon eine klasse die weiß schon was passiert sie geht um ein gott weiter hat sie den gesehen geil 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 okay also so herrn sie bis jetzt nicht mehr in die luft gekommen nein ich bin schon aus aber wie so war ich auf einmal nicht mehr im himmel wieso das ist ja sinnlos also wie soll ich das schaffen dann wird man halt in einem raum teleportiert und bei meinen jump ones und obi und parkour ist eigentlich so dumm wissen ja wie wissen wir ja wie das klappt ich hätte so machen müssen ich wollte probieren auf diesem punkt zu gehen wahrscheinlich nein also wieso habe ich mich gedreht genau ein mein gott ist sie okay perfekt aber da kommt du bist so ein dummer aus och du ich krieg das nicht hin da heißt lass es von meinen nerven komplett kaputt sind alle ich lasse es erstens wird hier was sein ja ja okay und holzmarke man kennt ihn und diesen den habe ich nicht als eine mädchen gesehen was das also ich habe das jetzt auf jeden fall nicht geschafft fünf minuten so was perfekt man kennt ihn ja der seine zeit anders nutzt wenn ihr ein paar zwei sehen wollt lasst ein like und ein abo da anyways okay geil 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 nein oh mein warum sind hier zwei das sind doch eigentlich kleine einzelne marker ist so was ist hier ist das ein prank Wieso kann ich... Was ist denn mit den Eiern los? Ganz komisch. Ich merke schon, hier wird... Hier wurde sich... Oh mein Gott, leckte ich gerade. Hier wurde sich schon viel Mühe gegeben. Das muss ich eingeben. Ich glaube, ich weiß wohin. Ich glaube... Toll. Das ist denn jetzt hier auch gut. Infert. 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 Man kennt ihn, den Infert. Komm her. Was muss ja das sein, dann? In... Geil. Evil Marker. Der sieht auch inwiefern nice aus. Sorry, ich muss gucken, wo das ist. Der ist auch hart hart. Ich will so einen insane Namen. Auch wieder zu, Alter. Infert. Ja, schon geil. Also, die Stoffe ist mit den Infert. Was soll's mit den Eiern aus ist? Ah, es kann mit dem Ring. Hey, can you find my baby? My baby is missing. Where did it go? Woos. I left Mountain Biome. I don't know where to. Okay. Okay, das ist ein bisschen. Mountain Biome. Yep. Mountain Biome. Ich hab' Babywisser. Im Mountain Biome. Sieht mir sehr stark nach Mountains aus, ne? Ich hab' Babywisser. Geil. Den hab' ich nicht gesehen. Geil, geil. Bohnenmarker. Das muss ja hier mit uns auf sich haben. Das ist ja Mountain Biome, ne? Muss. Also. Logisch. Oh. Das ist ja Mountain Biome, ne? Ich hab' gar keinen Bock drauf. Oh. Ey, ihr wollt' mich jetzt nicht verarschen, oder? Oh mein Gott. Ja, sorry, ich find' dein Baby jetzt nicht. Boah, das ist der mit der Kappe. Geil. Das haben die ja cool gemacht. Nein, jetzt hab' ich den nicht bekommen. Ja, sie macht das selber. Also. Hau ab. Hä? Lika? Was ist das, Alter? Ne, die soll abhauen da, Alter. Wenn die den jetzt bekommt. Ja, die hat den auch gesehen. Hat die den bekommen? Ja. Oh, Mensch. Oh mein Gott. Ich lass' den. Gar keinen Bock drauf. Save die hat den bekommen, Alter. so unverdient. Help. What's wrong? My friends are gone. Can you help me find them? Will ich? What's wrong? My friends are gone. Can you help them? Sure. Okay. Okay. There are three of them. A red one, a yellow one and a green one. Oh. Oh. Once you find them. Also ich sehe ich nicht um. Jetzt kann ich den grün, aber. Immerhin. Kannst du jetzt den grün? Nein. Es ist so ein Trick. Es ist so ein Trick, Alter. Komm mal rein. Dummy. Komm mal her. Dummy. Sieh. Der Dummy-Marker. Hast du das also, Geist? Sieh. Zuck, zuck, blag. Ein Maroon-Marker. Okay. Jetzt stuck ich hier. Wer kennt es nicht? Ich stuck hier. Oh, Digga. Was ist so ein Trick? Hat die, hat die denselben? Die hat denselben wie ich? Alter, warum machst du sowas? Warum bist du so, hä? Der Crystal Man? Ich sag's immer nicht. Es kommt. Tage. Noch das dümmste Video der Welt online. Was ich, wo ich vielleicht sogar sehr viel zensieren muss. Wegen meinem Freund. Ja, ich stand halt so in der Preuß das Warteschleife. Weil Baum. Die ging so 10 Minuten, da bin ich einfach rausgegangen. Und ich hab halt mit meinem Freund währenddessen so geredet, weil ich war bei ihm. Und ja. Hab ich ja auch spontan so ein Video gemacht. Hallo? Ich stehe jetzt einfach wieder raus. Diese Stille gerade. Oh geil. Süß. Das ist echt süß. So was finde ich cool. Geil. Ey, das Spiel ist voll geil. Wieso ist das hier? Ich zeige es nicht, das kommt jetzt los. Hä? Wir finden noch einen. Und der letzte, den wir jetzt finden, der wird jetzt unser Abschlussmarker sein. Wir bleiben uns aber erst mal treu und bleiben hier hinten. Das ist aber süß, dieses Foto hier. Wir bleiben uns erst mal treu und gehen hier hinten weiter. Und die letzte Marke, die wir jetzt finden, das wird erst mal unser Abschlussmarker sein. Und bei Teil 2 folgt dann einfach rein. Genau. Das wird... Ja, Liquid Mark. Oh, der Arme. Ja, okay, meine Freunde. Das war es jetzt erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann, ciao. Leute, wie geil, diese Abmod. Äh, Abmod.